Soho, let's go, ladies and gentlemen, willkommen. Oh, 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 oh mein Gott, ist dieser, dieser Garlick, hey, 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 Kollege, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, okay, ich glaube jetzt, ja, jetzt, 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 glaube ich, jetzt sind wir soweit. Habe ich jetzt alle wieder meine Wacht wieder? Haben wir jetzt alle wieder meine Wacht? Hm, also, weiß nicht. Naja. Gibt immer noch besseres, aber, okay, gut, dann. Yippie, jay, jay, Schweinebacke. Oh, oh. Oh, oh. Was? Oh, ich sag doch, das ist in den Dürfel. Oh, was kommt jetzt? Oh, oh. Oh mein Gott. Was zum Teufel? Ach, du Scheiße. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alter, was sind das denn für Viecher? Heiliger, Heiliger, Heiliger. Weg, 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 weg. Okay, alles klar. Okay, warte, 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 komm, jetzt, 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 alter, jetzt. Oh mein Gott, Heiliger, der portet sich. Du willst so sterben. Oh mein Gott, willst du sterben. Los, komm her, komm her, du kriegst nochmal so eine richtige, übelste Mega-Penetration. Alter? Was war das? Ähm, hat der grad irgendwie so ein Mega-Move hingelegt, oder? Habe ich mich grad mit dieser Waffe selbst umgebaut? Alter? Okay, cool. Ist ja witzig. Naja, toll. Okay. Naja, kann mir nicht so viel falsch machen, ne? Okay, nochmal. Okay, auf geht's. Nochmal. Also jetzt, ne, sowas passiert mir nicht nochmal. Ja, ja, komm. Oh, oh. Das Vieh hier ist ganz schön riesig. Ich hab irgendwie das Gefühl, ist das der, ist das der, ist das der Endboss? Ist das der Endboss? Ist das der aller, allergrößte, ist das der allergrößte Endboss? Ich hab keine Ahnung. Na, Hauptsache, wir werden sterben. Hauptsache, wir werden sterben. Oh, schau mal. Uh, der hat ein Schwänzchen. Was macht der jetzt? Hier bin ich. Was sind eigentlich das für Viecher, verdammt? Kann man bei mir das erzählen? Kann man echt mal erzählen, was das für Viecher sind? Ernsthaft, was sind das für Viecher? Alter, sag mal, sind sie irgendwie deren, ist das ein Leben? Ich hab doch keine Ahnung. Okay. Wurscht. Ah, ich glaub, es hat weh... Oh, das hat ziemlich wehgetan. Oh, ich glaub, es hat ziemlich wehgetan. Oh. Du wirst sterben. Du wirst sterben. Du wirst sterben. Hoffe ich doch. Sterb. 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 Ja, 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 komm. Friss alles, was ich hab. Friss alles, was ich hab. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Okay. Ich glaub, das wird nix. Ich glaub, wir müssen jetzt zu... Raketenwerfer. So. Alles klar. Alles klar soweit. Alter, sag mal Okay Wir sind bei diesem Effekt, dass der Typ Entscheidend unser Sterber ist Und ich hab keine Ahnung Hab wirklich keine Ahnung Wie der um Himmels Willen sterben will Ich weiß nicht Ja, sag mal Was geht denn verkehrt? Ah, hier haben wir den Oh, nein, nein, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut Willst du sterben? Willst du sterben? Willst du einfach mal sterben? Nö, will nicht sterben Ich glaube, erkennt sowas nicht Oh, Gebenwerfer Perfekt Los, stirb Oh, heiliger Heiliger, heiliger Gar nicht gut Alter, sag mal Willst du Jetzt versteckt er sich, oder was? Schmieriger Verstecksen Verstecken, oder was? Oder, okay Hör auf, mein Da geht noch's zweichen Das ist unmännlich Das ist unmännlich Okay, ernsthaft Ernsthaft, ernsthaft Der, blöde, will nicht sterben Der hat gar keine Lust zu sterben Ich sag, der hat keine Lust zu sterben Wer ist noch der Meinung, dass er keine Lust hat zu sterben? Der soll jetzt die Hand heben Ah, ich bin gestorben Ne, Mann Ich glaube, ist der unzerstörbar? Muss ich diesen Schein Ist der Seelenwirft hier irgendwo? Und ist irgendwie die Todeswache schlechthin? Oder was geht der ab hier? Kann ich mal jemand aufklären? Könntet ihr mal aufhören? Mich Alter 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 Alter, was zum Teufel Ey, Mann, der stirbt doch Der kann nicht sterben Ich hab mir das Gefühl Der kann nicht sterben Und ich hasse, wenn Viecher nicht sterben können Ich hatte es, wenn Viecher nicht sterben können Das macht mich nämlich gar nicht an Das macht mich gar nicht an Das macht mich gar nicht an Das macht mich gar nicht an Okay, ernsthaft Wir schaffen das Okay Wir probieren uns mal hier mit Nö Ich glaub, der kann nicht sterben Alter, sag mal Was ist was zum Teufel? Müssen wir doch jetzt Müssen wir dem seine Gehirnzellen Sind das seine Gehirnzellen oder was? Ich hab doch Ich weiß doch Ich weiß doch gar nicht mehr Nix mehr Nö Ich hab doch keine Ahnung Ey, ich weiß doch überhaupt Überhaupt gar nix Bescheid Oh, warte, warte, warte Jetzt weiß ich Bescheid Ah, jetzt weiß ich Bescheid Jetzt weiß ich Bescheid, glaub ich Ich glaub, jetzt weiß ich Bescheid Ah ja, jetzt, jetzt, jetzt Glaub ich, kommt mir da gar schon her Ich glaub, ich muss ja dem Er kann seine Viecher töten, ne Und dann, wenn der diese Viecher Hier respawnt Dann, ne Geht der in so'n Verbundbarkeitsmodus Ah, aha, aha Und wer hat das rausgefunden? Wer ist der Beste? Ja, nee Seh nicht Ah, das geht nicht mehr Nicht mehr nicht Oh, oh Jetzt gleich gut Los, komm Wo ist dieses Letzte Viech? Perfekt Nein, hör auf wegzugehen Hör auf wegzugehen Das ist feige Das ist feige Das ist feige Das ist feige Hörst du Hörst du mir überhaupt zu? Ah, also wenn das nicht auch funktioniert, ihr Loot Dann weiß ich auch nicht mehr Bescheid Also dann ist mir ja eigentlich auch alles unschlüssig Okay Let the party start Ok, weg 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 Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig Geh ourst du Okay Seriously, seriously, seriously Na, 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 na Okay Okay Der verarscht mich Der verarscht mich pragmatisch Er verarscht mich pragmatisch Los, komm Zeig dich und stirb Stirb, stirb, einfach, stirb Alter Und das lustige ist, ich hab schon davor die ganze Munition verschossen Oh Gott, wie lustig Ah, das ist so lustig Ah, das ist so lustig Tja, Leute, das passiert, wenn man unterbreitet Und ein Kampf steigt Okay, nochmal Nein, hör auf, hör auf, hör auf Hör auf mich zu waschen, hör auf mich zu waschen Hör auf mich zu waschen, wo bist du, wo bist du, wo ist der Ah, da ist er Ah, nicht gut, ich bin nicht Komm her, komm her Ja, 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 komm her Oida, 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 oida Oida, oida, oida Ah Okay Wir probieren es jetzt mal mit einem Raketenwerfer Weil hier so viel Raketenmonition ist, wir probieren es ja da mit einem Raketenwerfer Ah, nein, nein, heilige Scheiße, was zum Teufel Okay, ah, ah, oh mein Gott, ich werde sterben Ich werde sterben, werde sterben Werde sterben? Ich hab keine Ahnung Ich brauch Medipacks Ich muss mich jetzt erst mal um mein Leben kümmern Tut mir leid, Leute, aber ich muss mich jetzt erst mal um mein Leben kümmern Okay, ganz lustig, ganz lustig Los, sterben Das ist doch un- das ist doch tödlich Au, 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 what the fuck Nee, ist klar Okay Ja, gut, alles klar Ja, dann muss ich wohl hier Schluss machen Vielen Dank fürs Zuschauen Für diesen versagten Bosskampf, oh Gott, ich werde den töten nächstes Mal Tschüssi Tschüssi